Wenn hier ständig Medien gewesen wären oder Nachfragen gekommen wären oder dann die Politik geglaubt hätte, sie müsse hier auch auftreten, dann wäre das vielleicht den Bären hinterher nicht. Wir müssen nach vorne losgehen. Sind Sie auf größere Anstürme denn vorbereitet? Also wir sind vorbereitet. Ich gehe nicht davon aus, dass da die Katastrophe kommt, weil Wildbär ist eben jetzt... Also süß ist es zumindest und interessant denke ich auch. Der Kleine schwimmt jetzt hier hinter der Mutter her. Vielen Dank.